Hast du Experimente auch an anderen Versuchspersonen ausprobiert? Ich? Ja, habe ich. Zum Glück hätte keinen Sinn, nachdem Edelborn nun beteiligt ist. Ich habe unter unseren Patienten freiwillig gesucht und einige Mutige Seen haben sich gemeldet. Ich stand einmal kurz vor einem Durchbruch. Sie wussten, dass ihr Opfer etwas bedeuten würde. Ich möchte immer noch Zugang zur Nordstation. Ich habe die Unterlagen gesehen. Das ist privat, du hast nicht das Recht dazu. Er beint die Faust und kippt seine Zähne in seinen Zeigefinger. Ein Knurren schwert unter seiner Seite und aufgeregt im Atem und sein Gesicht legt sich in tiefe Falten. Sprich mit ihnen, für all das Gute, die es dir tun wird. Ich bin sicher, die Diskussionen werden faszinierend. Okay, vielleicht nicht die netteste Art, aber wir haben jetzt Zugang zur Nordstation. Was wissen wir Neues? Ich habe den Schlüssel vor A zu erhalten. Er hat ihn nur widerwillig herausgerückt. Ja, ich muss halt den Agenten-Display an den Schlüssel finden und hoffe, dass wir die Fleischkonstrukte nicht fressen wollen. Okay. Es sind nicht alle Zellen besetzt. Die haben Leute, das ist nicht gerade die Behandlung, die man ihnen oben bei den Polsterkissen und den bingenden Teppichen versprochen hat. Nein, das ist eher eine Folter- und Gefängniseinrichtung. Ist das das Heilmittel für Seenkrankheit, in eine Zell geworfen und den Launen eines Geißelnehmers ausgesetzt zu werden? Sie haben hier große Fortschritte erzielt. Die Beseer sind ebenso wahnsinnig wie ihre Patienten. Das sind verrückt und tun nicht gute. Vielleicht ist das so. Woher willst du das wissen? Ich bezweifle, dass wohlhabende Bürger dieselbe Erfahrung machen. Bestimmt haben sie selbst einige Familienmitglieder, die sie lieber vergessen würden. Aber wenn alle so behandelt würden, könnte das Anatom unmöglich überleben. Was haben die Patienten getan, um solche Bedingungen zu rechtfertigen? Es gibt genauso viele, die herkommen, wo wir um ein Leid kuriert werden. Leute, die ansonsten verstoßen würden. Hier ist die Quelle all dieses Wissens, nach der du so verrückt warst. Na, das sollten wir keiner nicht ins Gesicht schlagen, nehmen wir mal das Obere. Das hoffe ich. Keine Art mit Tiefheim. Wahrscheinlich hast du recht. Es ist nur nicht leicht zu sehen. Also so aufbrechen. Dieser Ort nackt in meiner Seele. Ja. Das hier ist ein großer Raum. Okay, es sind vier Patienten hier drin, soweit ich das richtig verstanden habe. Fangen wir mal hier drüben an. Das ist mein Gesicht. Ist das mein Gesicht? Sag es mir. Okay, das ist der Gesichtsdieb da. Donner der Himmel, Brotregen. Unschuldige müssen ertrinken. Ah, das ist Batixa. Gram. Dieser Mann macht den Eindruck eines gejagten Tieres, also diesen ersten Stolpertor rückwärts in die entlegene Ecke seiner Zelle. Fast wirkte, als würde er die Wände erklimmen, wenn er dadurch von dir entkommen könnte. Er schreit, ein bizarrer Unlaut, wie du ihn noch nie gehört hast. Ich muss dir einige Fragen stellen. Gram blickt dich mit leeren Augen an. Es ist unklar, ob man dich versteht oder nicht, aber seine Panik ist vorübergehend abgekommen. Er öffnet den Mund, um zu sprechen, doch er kann nur halbe Worte bilden, als hätte man ihm die Zunge abgeschnitten. Sie sind unmöglich zu verstehen, wenn es überhaupt Worte sind. Die Verstümmelung der Beseelung. Grausamer als jede Folter. Die Seele zu entstellen. Lass uns den Beseelern diesen stinkenden Scheiß auf den Gefallen erwidern. Du fürchtest dich, machen bestimmte Besucher dir Angst? Freier sagt, das Kind mal hast du nicht behandelt. Er blickt dich unsicher an. Langsam, zögerlich, kommt er in seiner Zelle wieder nach vorne. Zum ersten Mal kannst du seine Seele wahrnehmen. Sie ist deformiert, als wäre sie von einer zackigen Waffe verstümmelt worden. Große Teile wurden vollständig herausgehackt. Du spürst keinerlei Widerstandsbarrieren. Wenn du wolltest, könntest du noch tiefer in Grabs Seele blicken. Das machen wir mal. Wächterzeug. Du streckst dich zu der entstellten Seele vor dir. Vereinst dich mit ihr. Ihre Verwirrung und Furcht werden dein, als du dich in ihre Tiefen zerrst. Du bist in deiner Zelle. Ein Schlüssel dreht sich im Schloss. Die Tür öffnet sich knarrend. Gedanken überspulen dich in Wellen. Unvorstellig, zerbrochen, angstvoll. In der Tür steht ein rundlicher Mann mit Halbglatze. Seine oberen Zähne und seine spitze Nase erinnern dich an eine Ratte. Er winkt dich herbei mit bedauerndem Blick. Du willst nicht gehen. Alles nur das nicht. Dein Verstand besteht aus einem einzigen Wort, dem Wort Nein. Doch er zerfällt, ehe es deine Lippen erreicht. Du rückst dich gegen die Wand in die Enge getrieben. Du schreist. In tiefer Dunkelheit wehrst du dich gegen unsichtbare Fesseln. Du kannst deine Arme und Beine nicht bewegen. Der Mann betritt den Raum. Er trägt eine brennende Kerze, deren schwache Flamme lange genug Schatten auf Bücher und Maschinen wirft. Deine Arme und Beine sind mit Gurken gewunden. Kaltes Metall umschließt deinen Kopf und deine Brust. Es tut dem Mann leid, er braucht Material. Sie haben seine Arbeit zerstört und er braucht eine neue Quelle. Er muss ihnen beweisen, dass er recht hatte. Er dankt dir. Dann dreht er an einem Knopf und du spürst, wie du von ihnen zu zerbrechen beginnst. Du spürst, wie du zerrissen wirst. Du spürst einen Schmerz, als würde eine Horde von Ratten deine Eingeweide zerbeißen. Du schreist einen Schrei, den du kaum zu hören vermagst. Das klingt so übel. Weitersuchen. Ein anderer Abend. Schwere Schritte von deiner Tür. Sie kommen dich holen. Du blickst durch einen Schlitz in der Tür. Der Fleischriese, das künstliche Wesen, direkt vor der Tür. Aber er blickt nach links, zum Ende des Gangs, zu dem Knaben dort. Der Knabe blickt den Riesen interessiert an und fällt dann zu Boden wie eine abgelegte Schlangenhaut. Der Riesen ist so kurz zusammen, der richtet er sich auf, wendet sich ab und geht. Von Grams Seele lösen. Gram blickt dich an, immer noch mit wem Blick, aber doch bewusster. Er nickt die Zunge und geht dann wieder ans hintere Ende seiner Zelle. Heftig. Also ist das Problem der Junge in der Zelle hier. Usgrim. Ein drahtiger, halbwüchsiger Junge steht in der Mitte seiner Zelle. Schlag sich und mit gebeugten Schultern. Er starrt geradeaus, sein gelegentliches Blinzen ist die einzige Bewegung. Es ist nicht klar, ob er deine Anwesenheit hinter seinen gläserigen, puppenähnlichen Augen überhaupt bemerkt. In diesem Zustand sind die Barrieren zwischen deiner Seele und der Sein dünn und porös. Und lassen sich leicht überwinden, wenn du das wünschst. Gucken wir mal. Erinnerungen stürzt. Du stehst jetzt in einer Zelle. Der selben Zelle im Sanatorium. Die Gänge sind von Mondschränken erleuchtet und leer. Du wartest. Am anderen Ende der Station öffnet sich die Tür. Die Silhouette des Fleischkohles erscheint unter dem Steinbogen. Er macht seine üblichen Runden. Bleibt jedes Mal an den selben Stellen stehen. Das Bastardkind verzweifelter Schöpfer. Als das Kontrakt nicht lehrt, spannst du dich an und schießt dann nach vorne aus dem Körper des Jungen heraus, als wäre er eine Membran. Du spürst, wie sein Körper hinter dir zu Boden fällt, eine Marionette, deren Fäden durchtrennt wurde. Du stürzt auf den Kohlenzug, körperlos wie ein Windstoß. Schnell denkst du dir bei dir schnell und spürst, wie die Kraft aus seiner Seele blutet, während du auf die zusammengeschusterte Abscheuigkeit zuteilst. Du durchstringst die Hülle des Golems und du übernimmst die darin eingepflanzte Seele. Du umkreist sie und verdrückst sie. In diesem neuen Gefäß bist du wieder stark. Okay, einer der Golems ist ein Feind. Du schlafst mit schweren Schreckengänge entlang. Die anderen Konstrukte ignorieren dich. Nur die misstrauischen, unberechenbaren Augen der Wahnsinnigen verfolgen dich. Schließlich reißt du ein Büro, das randvoll mit Büchern und vollgekitzten Papieren und den perversen Werkzeugen der Beseeler ist. Du legst deine übergroßen Hände auf eine große Maschine. Ein Nest aus Kugeln und Rühren und Spulen in der Mitte des Raumes. Du verbiegst Drehungen und verhinderst Einstellungen. Deine Regierung wird an dir vorbeigezogen oder vielleicht du an ihr. Und sie verschwimmt und verwischt. Als sie sich wieder setzt, stehst du an einem klaren Tag im Freien vor einer Menschenmenge, die über dir in den Reihen eines Apparates sitzt. Die Menge ist gekommen, um zuzusehen. Doch ist dies kein Theaterstück. Ein Mann mit Halbglatze und Rassel und ähnlichen Zügen bindet sie dich an eine Maschine. Die Maschine, die du eben manipuliert hast. Zum ersten Mal siehst du deine Arme kurz und speckig, unverkennbar die Arme eines kleinen Mädchens. Doch dieser Körper ist nicht wirklich deiner. Dein Verstand besitzt immer noch dieselbe Entschlossenheit, dieselbe Hartherzigkeit wie zuvor. Der Körper selbst ist kalt und leer. Im Gegensatz zu den anderen besitzt dieser gar keine Seele. Also eine Hohlgeborene. Der Mann spricht und die Menge applaudiert mit einer Begeisterung, die eines heimkehrenden Helden würdig wäre. Werde Zeuge, sagt er, und zieht einen Hebel. Die Maschine zittern und wirft Funken und ein Schweißtropfen häuft die Schläfe des Mannes hinab. Doch die Ansperrung der Menge weicht rasch gebannter Ehrfurcht, als sich eine Kristallkugel mit einem strahlenden Nebel füllt und das gesamte Theater erleuchtet. Er öffnet ein Ventil und das Leuchten kriecht durch eine Röhre entlang einer Kupferleitung, die zu Elektronen unter deiner Achsel führen. Du spürst nichts, als es dich erreicht, genau wie es sein sollte, denn du hast ihn, seine Arbeit immer wieder in die Irre geführt, Notizen und Einstellungen verändert und Puppenspieler für Hohlgeburten gespielt. Du lässt es aber so aussehen, wie die Leute es erwarten würden, wenn dein Körper mit deiner Seele belebt wird. Kurz darauf erlischt die Maschine und der Mann bindet dich los. Er blickte dich mit der Sorge eines Wissenschaftlers an. Er sieht, wie er zu deinen Zusehern seht, sagte, doch mit deutlich hörbarem Zögern in der Stimme. Langsam machst du einen wackeligen Schritt nach vorne, dann noch einen und dann noch einen. Du blickst zu dem Mann auf, mit dem Blickkontakt zu dem keine Hohlgeburt fähig ist, und das Publikum schnappt nach Luft. Der Mann sieht erleichtert aus. Wie geht es dir? fragte er laut genug für das Publikum. Der Augenblick ist gekommen. Du schreist so laut und mag erschütternd. Der Mann geht mit aufgeschrecktem Hinden auf dich zu, doch du läufst in die andere Richtung, zurück zu der Maschine. Mit all deiner Kampfkraft rahmst du deinen Kopf in die Kristallkugel. Sie zerbricht und dein Kopf mit dem marmen Blut überströmt. Du rahmst deinem Kopf wieder und wieder gegen die Maschine. Das Publikum schreit panisch und als der Mann dich endlich erreicht hat, hat dein Körper seine Funktionsfähigkeit bereits verloren und zog nur noch auf dem kalten Sohn. Zufrieden entweichst du aus der Leiche auf der Suche nach einem neuen ahnungslosen Wirt. Wer könnte jetzt noch seinem Vertrauen in die Beseelung setzen? Du wirst wieder aus deiner Umgebung gezogen, über die Grenzen von Erinnerung und Lebenszeit hinweg, tiefer und tiefer, wobei von Verrat und Mord und Lüge um Lüge das dicke Netz der Intrigen jenseits der sterblichen Vorstellungskraft. Schließlich kommst du in einem Raum zur Ruhe, den du bereits einmal gesehen hast. Er ist groß, in der Mitte steht ein großes Gerät, das einem Adramonolithen umgibt. Der Raum ist voll mit Menschen, die auf das Gerät blicken. Plötzlich wirst du wieder in die Realität gerissen und der einst kartonische Knabe in der Zelle blickt dich unmittelbar an. Mustern berechen. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass aus der gebliebenen Hülle die Seele des Mannes blickt, die deine Erweckung verursacht hat. Ein Wächter. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ich suche nur nach Antworten. Ach, tatsächlich? Er gibt sich keine Mühe, das desinteressende Stimme zu verbergen, aber er studiert weiter deine Augen. Er stößt ein leichtes Grunzen aus und sein Blick will vorübergehend weicher. In diesem Augenblick scheint es, als würde er dich erkennen. Er öffnet meinen Mund, um zu sprechen, scheint sich aber anders zu überlegen und bleibt stumpf. Stumm. Er beißt den Kiefer zusammen. Ich kenne deinen Blick, deinen Hunger, den Hunger nach Antworten, die nicht zu greifen sind. Er nagt an deiner Seele und ergibt deinen Daseinszweck. Du bist wie alle anderen. Ich werde dir helfen loszulassen. Er bringt sich aus der Reichweite, indem er mit verblüffender Anmut nach hinten ausweicht. Auf seinem Gesicht siehst du keine Bosheit, nur die Sachlichkeit eines Bauern, der ein krankes Tier von seinem Leiden erlöst. Dann plötzlich taumelt er nach vorne. Oh, oh. Oh, oh. Äh. Muss doch was jetzt sein. Ganz ehrlich, Hätte ich das gewusst, dann... Ja, okay. Leute, ich bin jetzt schon wieder über meine Aufnahmezeit drüber. Deswegen würde ich sagen, da ich das jetzt nicht erwartet habe, dass dieser Scheiß passiert. Werde ich einfach das Quicksave hier laden. Nachher bei der nächsten Aufnahmesession. Und dann... werden wir noch mal... werden wir uns richtig positionieren und noch mal mit ihm quatschen. Aber bis dahin mache ich erst einmal einen Cut. Also, bis gleich. Bis gleich.